der bvb hier mit dem nächsten treffer war es das jetzt buschi oder kommt der gegner noch mal glaube ich ehrlich gesagt nicht dafür spielt die borussia einfach zu gut zu kontrolliert und vor allem bekommen sie jetzt räume sie bekommen chancen zu kontern das können sie natürlich nutzen ja